Guten Morgen aus Berlin, es ist Dienstag, der 21. Juli, 10.18 Uhr, ich bin auf dem Weg ins Büro. Momentan scheint auch schön die Sonne draußen, es sind irgendwie fast 30 Grad. Heute irgendwann 14, 15 Uhr soll es dann wieder anfangen für mehrere Stunden zu schütten. Das heißt, ich versuche vor dem Regenguss dann wieder nach Hause zu fahren und von hier aus weiter zu arbeiten und gegebenenfalls auch ein bisschen zu spielen. Ja, gestern Abend war ich mit Julia im Kino, habe Terminator Genisys geguckt und der Film war gut, unterhaltsam, anders als die alten Filme. Klar, die sind teilweise schon, ich glaube, 40 Jahre her, 45 Jahre? Nee, 30. Wollen wir mal nicht übertreiben. Und war aber, wie gesagt, unterhaltsam, Arnold Schwarzenegger wieder in dieser Rolle zu sehen, war auch sehr witzig. Und ja, war schön. Ging relativ lang, 153 Minuten der ganze Film plus Werbung. Also wir waren, glaube ich, fast drei Stunden im Kino. Ja, kommt hin. Heute Abend ist nix. Das heißt, ich werde heute nach der Arbeit mit der Arbeit für freiberuflichen Kram anfangen und danach werde ich dann wahrscheinlich mal ein bisschen spielen wieder. Elder Scrolls Online, da geht mir momentan wieder ein bisschen das Kleingeld aus, um die Pferde zu füttern. Jeden Tag kann man da irgendwie 250 Gold pro Reitier ausgeben, um irgendwie was zu verbessern um einen Punkt. Und das mache ich jetzt schon über 30 Tage. Und da ich vier Charaktere habe, kostet das entsprechend viermal so viel. Und dementsprechend muss ich auch mehr spielen, um diese nötige digitale Währung aufzutreiben. Das werde ich dann heute Abend mal tun und dann wahrscheinlich auch ein bisschen wieder an der Konsole spielen. Ich müsste mal Batman weiterspielen, Assassin's Creed, Unity habe ich ja angefangen. Das will ich auch gerne weiterspielen. Dann habe ich die ganzen Telltale Games auf der Xbox, die ich weiterspielen möchte. Und dann ist da auch noch ein Spiel namens Watch Dogs, was ich auch mal anfangen möchte. Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Also sehr viele Sachen, die ich gern zocken will. Mal gucken, ob ich da heute irgendwie zumindest teilweise zu kommen. Serien gucken will ich auch noch und und und. Also ihr seht schon wieder mehr vor, als die Zeit eigentlich hergibt. Naja, wir gucken einfach mal. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Dienstag. Habt einen schönen Tag und ich melde mich morgen Vormittag wieder bei euch. Bis dann. Ciao.